Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Morgen Mittag empfangen wir Hansa Rostock zu einem wichtigen 2. Duell. Aktuell sind wir tabellarisch zwar nur auf Tabellenplatz 5 zu finden, aber eben auch gerade, weil wir 4.0 auf Tabellenplatz 1, sprich alles möglich. Wir sind mitten im Aufstiegskampf, aber natürlich auch klar, ein wichtiges Duell, um die nächsten 3 Punkte einzufahren. Wichtig eben auch, um oben dran zu bleiben, oben mit dabei zu bleiben und natürlich auch nach dem 1 zu 1 in Karlsruhe, wo man ja nicht zwingend zufrieden sein konnte, den nächsten Schritt nach vorne zu gehen und das natürlich auch mit der richtigen 1.11. Gestern auf der Pressekonferenz sickerte schon so ein bisschen was durch, wie Gramozis vielleicht planen könnte, aber es ist schon durchaus schwer, diese Woche zu entscheiden, welche Elf die mir auf den Platz stecken wird und wir machen sie da gemeinsam. Ich gebe die Aufstellung durch. Ihr könnt gerne wieder eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Natürlich auch probiere ich es so realistisch zu machen, wie es nur geht, aber es ist schon wirklich dieses Wochenende schwer abzuschätzen, wen Gramozis auf den Platz schicken wird. Klar ist natürlich, wenn wir mal jede Position durchgehen, dass wir im Tor Martin Freisel finden werden. Der ist unsere Nummer 1 aktuell auch gut drauf gewesen. Ich denke mal, da sollte es auch nichts zu rütteln geben. Und dann ist halt die erste Frage, wie macht man es in der Dreierkette? Da haben wir sicherlich mit vier Spielern wirklich Optionen mit Kaminski, Sané, Itakura und Schau. Marius Lode sehe ich aktuell erstmal nur noch auf der Bank oder weiter nur auf der Bank, weil auch er als langfristiger Neuzung angeplant ist. Deswegen haben wir da vier Optionen und die sind eigentlich allesamt gleich gut, könnte man sagen. Sprich, man könnte jeden spielen lassen, aber auch jeden irgendwie rausnehmen. Da hängt natürlich erstmal davon ab, wie man spielt. Denn da ist noch die nächste Frage, wer spielt auf der 6? Flick oder Palzon oder doch überraschendweise Itakura? Denn sollte Itakura auf die 6 rutschen, wäre die Dreierkette ja relativ klar. Mit Schau, Sané und Kaminski. Sollte Itakura aber eine Endverdeidigung spielen und deswegen vielleicht wieder Flick oder Palzon vor ihm starten, dann ist natürlich die Frage, wer spielt daneben? Itakura sollte eigentlich klar gesetzt sein. Malik Schau kam letzten Wochen eher nur von der Bank. Ich glaube, den könnten wir mal wieder von Beginn an sehen. Und dann wäre die Frage, Sané oder Kaminski. Da wäre ich spontan eher bei Kaminski. Ja, ich weiß, er wird von vielen von euch kritisch gesehen. Viele wollen da lieber einen Salif Sané sehen. Ich fand allerdings die letzten Spiele Sané sogar nochmal etwas schwächer als Kaminski. Warum auch immer. Letzte Woche gegen Philipp Hofmann, obwohl eigentlich der perfekte Spielertyp dafür war, um ihn zu verteidigen, große Probleme gehabt. Und auch jetzt, an diesem Wochenende bedingt dadurch, weil Hansa Rostock eher über temporeiche Außenspieler kommt und mit John Verruck einen Stürmer, der eben nicht nur über Körperlichkeit kommt, sondern eben auch über Giftigkeit, Beweglichkeit, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass man vielleicht da mal Sané rauslässt. Allein taktisch gesehen, wie man wieder eine Pause geben möchte und deswegen auf Ciao, Itakura und Kaminski setzt. Auf der 6er Position gerade schon kurz angerissen. Flick oder Palzen ist sicherlich die zentrale Frage. Gramozis sagte, Flick bringt uns ein bisschen mehr gegen defensiv starke Teams, Palzen dann gegen offensiv starke Teams. Rostock ordnet eher so ein bisschen dazwischen ein, bedingt auch durch gefährliche Umschaltaktionen. Bräuchte man auch einen defensiv starken, deswegen vielleicht heißt die Mischung, da Itakura das sehr offenbar auf der 6 spielt. Ansonsten eben Flick oder Palzen oder, was auch möglich ist, Flick und Palzen. Das Flick eben eins nach vorne rückt auf die Doppel-8, wo wir aktuell auch ein paar Probleme haben, deswegen Palzen auf der 6 spielt. Also auch das wieder solche spannenden Fragen. Und dann kommen wir zur sicherlich wichtigsten Frage, die einfach auch generell extrem essentiell ist für unser Spiel. Kann Thomas Ove an Spielen, ja oder nein? Gramozis wirkt auf den PK nicht allzu zuversichtlich, aber jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat, er kann auf keinen Fall spielen. Es ist eine enge Geschichte bei Ove. Man will ihn sich heute nochmal angucken, das relativ spontan entscheiden. Er hat halt muskuläre Probleme. Und bei Andreas Winter haben wir ja sehr, sehr gut gesehen, was passieren kann, wenn man eben vielleicht auch dann unnötig weiterspielt oder unnötig ein Risiko eingeht. Bei Winter war es also so, der hat auch in der Trainingswoche Probleme gehabt bei den Muskeln. Dann eben gegen Regensburg und Burgon nach wenigen Minuten ausgewechselt worden. Und jetzt fällt er mehrere Wochen aus. Ich glaube, all das sollte man bei Thomas Ove nicht riskieren, wenn es ungefähr zu vergleichen ist. Deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass er eben aufgrund des Risikos nicht beginnen wird. Und dann ist natürlich da die große Frage, wer kann ihn ersetzen? Entweder wieder Darko Czolinov gegen 1860 München, was ich nicht glaube. Henning Matriciani, der aktuell die erste Alternative ist für die rechte Außenbahn. Oder halt doch ein Positionsteuerspieler mit Kerem Czolanuklu, der allerdings im Profi-Karte aktuell keine große Rolle spielt. Das ist durchaus kompliziert, das ist nicht so einfach. Deswegen hoffen wir mal da, dass Ove wirklich kann. Aber noch einmal Risiko eingehen, ist halt auch wieder eine schwierige Geschichte. Schwierig ist es rechts hinten nicht zwingend, denn da sind weiterhin der Windtime. Und Aydin verletzt. Ramftel aktuell sehr weit weg von der ersten Elf, sprich Czolinov oder Matriciani. Aber weil es Czolinov nicht so verkehrt gemacht hat zuletzt und auch Matriciani zwar auch nicht verkehrt nach Einwechslung war, glaube ich, wird man da weiterhin Czolinov vertrauen. Und dann die Doppel-Acht, die nächste große Frage. Ich habe es da ganz gut schon mal angerissen. Vielleicht sieht man Flick eins nach vorne, weil man da einfach aktuell nicht diese Top-Spiele hat, zumindest nicht in Top-Form. Wir haben letzte Woche Idrissi und Mikhailov gestartet, wurden zur Pause rausgenommen. Das ist immer schon ein deutliches Signal. Vor allen Dingen, weil der Gramoz eigentlich nicht dafür bekannt ist, zur Pause zu wechseln. Dann kamen Latzer und Drexler rein, auch nicht wirklich überzeugend gewesen. Allein deswegen gehe ich davon aus, dass Rodrigo Salazar wieder starten wird. Und ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Deswegen da bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist, wer spielt daneben? Wieder Idrissi, wie zuvor, der eigentlich gesetzt war in diesem Jahr. Nimmt man Routinier mit Drexler oder Latzer oder doch wieder Mikhailov? Das ist schon wirklich eine spannende Frage. Oder eben, wie gesagt, Flick eins nach vorne. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wo ich mir sicher bin, das ist bei unserer Doppelspitze, Bülter und Tirot. Ich denke mal, die werden beginnen. Tirot auf jeden Fall. Vielleicht überraschen sie mir aber auch und bringen Piringer für Bülter rein. Könnte natürlich auch noch sein. Also ihr seht schon viel Gerede von mir hier, weil es extrem schwer ist, vorauszusagen an diesem Wochenende, wer von Anfang an beginnen wird. Aber wir gucken mal drauf, was ich jetzt hier mal für euch aufgemalt habe. Und da sehen wir Freisel im Tor. Dreierkett hatte ich ja schon kurz angerissen. Ciao, Itakura. Kaminski könnte für mich taktisch gesehen am meisten Sinn ergeben, weil eben auch Sané gegen den KSC, ebenso wie Kaminski seine Probleme hatte. Ich fand aber nochmal mehr Probleme hatte. Und deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Auf der Sechs halt wirklich 50-50. Flick oder Palson, beide könnten für das Spiel gegen Rostock wirklich gut passen von den Anlagen her. Mir hat Flick aber in den letzten beiden Spielen wirklich schon ganz gut gefallen. Also eigentlich hat er schon eine realistische Chance zu beginnen. Aber er könnte eben auch etwas offensiver spielen, wodurch Palson und Flick spielen. Links natürlich Ovian. Wenn Ovian nicht spielt, glaube ich, nicht an Chalunoglu. Ich glaube, dann wird da Matriciani beginnen, weil eben Kerem Chalunoglu nichtmals die Möglichkeiten bekommt, sich ein bisschen zu etabieren in der Profimannschaft durch ein paar Jokersätze, wenn Schalke zum Beispiel hochführt. Das war einmal der Fall gegen Ingolstadt. Ansonsten hat er in der zweiten Bundesliga keine Sekunde gespielt. Das spricht für mich nicht dafür, dass man ihm, obwohl er positionstreu ist, einem Spieler vorzieht, der aktuell zwar nicht positionstreu ist, aber eben zumindest näher dran ist in der ersten Elf. Sprich, wenn Ovian ausfällt, glaube ich, dass sie da Matriciani sehen werden, wodurch dann noch klar ist, dass rechts Chulinov beginnt. Doppel-Acht, angerissen Salazar, gehe ich stark von aus. Daneben vielleicht am ehesten Dominik Drexler. Ich glaube, Platz hat sich nicht wirklich bewiesen. Idrisi, Mikhailov, ausgewechselte Pause, spricht auch nicht wirklich dafür. Wenn ich da mal gerne sehen würde, wäre eigentlich noch ein Daku Chulinov, dass er mal mit Salazar zusammenwirbeln kann. Aber der wird eben eher auf rechts gebraucht und Doppelspitze wie angerissen, Bülter und Tirodde eigentlich klar. Aber vielleicht überrascht die mich auch noch einmal mit Piringer. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, dass auch das passieren wird. Also ihr seht, es ist kompliziert, an diesem Wochenende aufzustellen, bedingt durch die extreme Formschwäche. Im Mittelfeld durch eine mögliche Ovian-Verletzung, die auch noch einmal einiges durcheinanderwirbeln könnte. Und natürlich auch weiterhin durch den Konkurrenzkampf in der Abwehr. So ist mein Tipp, meine Prognose, wie Dimi aufstellen wird. Eure Meinung dazu? Geh mal in die Kommentare, was würdet ihr ändern? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf an alle Schalker!